Es gibt zwei Arten von Rauleder. Nubuk ist angeschliffenes Glattleder. Dadurch erhält es seine typisch samtige Oberfläche. Für Velour dagegen wird die andere, die innere Seite des Leders verwendet. Hier sind die Fasern deutlich erkennbar. Das Wichtigste bei der Pflege ist, das Rauleder jedes Mal aufs Neue aufzurauen. Sonst kleben die Fasern zusammen und bilden hässliche glatte Stellen.